Ich bin Tieranästhesistin, das heißt, ich kümmere mich um Ihr Tier, wenn es eine Narkose braucht, zum Beispiel aufgrund einer OP. Und dafür, dass es dann nachher wieder gut aufwacht und einen guten Anästhesist hat. Insbesondere fasziniert mich der Großtierpatient Pferd. Und hier, wie man neue Technologien anwenden kann, um das Pferd und die Pferdenarkose möglichst zu optimieren. Im Science Café möchte ich mich gerne mit Ihnen treffen und Ihnen einen größeren Einblick geben, wie das passieren kann. Denn der Patient Pferd ist aufgrund seiner Größe besonders schwierig für uns. Viele Dinge, die man sonst beim Mensch oder Tier sehen kann, können wir beim Pferd ohne die neueren Technologien nicht erkennen. Deswegen fasziniert mich dieser Patient ganz besonders und die Wissenschaft darum herum. Ich freue mich auf ein Wiedersehen im Science Café.